bist du eigentlich noch mal seven days to die ja habe ich vor ich bin willig sagen wir es mal so hat mit den dings gebrochen was hat mit den wegen gebrochen ja ich hab nur die kiste gesehen mit dem gebrochen die sind hier im höheren raum dass ich komme nein im hangar sommer gelandet was ist das denn die thera baum samen der ist ganz schön ist so sieht aus wie eine tanne ich hab's den gelben baum samt in lilia ja zu haufen ja da hinten drumrum ist eine kiste warte mal hier ist einer was denn ähm was denn fliegt ihr bei mir durch die wand durch durch welche wand denn bei mir ist da eine wand bei mir ist hier eine wand okay und ihr seid bei mir gerade eben auf dem schiff gelaufen also nein sind wir nicht aber die treppe ist bei dir zugänglich ja hier ist fertig das weg das weg so schade dass diese schränke nicht aufgehen blumen und samen hier pilz und samenzoll muss aber auch sagen bei mir wackelt diese wand hier ein bisschen die wackelt bei mir auch okay welche wand die 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 hat er auch ja 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 raffig fehler das ist not normally ok bum 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 ja diesmal hab ich keinen mehr ich glaub ich hab noch einen und du hast auch einen gell ja doch wenn ich keinen hätte da ist auch zwei ähm der ist versunken nein ich hab ihn aufgenommen achso hallo doch davor ich klicke ihn an und ich nehme instant wieder auf rechte maustaste ja hab ich alles gemacht jetzt geht das nicht mal oder adriana geht nicht ich hab ihn grad auch mit der rechten maustaste aufgenommen das ist echt ein ding dass wir überhaupt keine spezies bekommen also keine variante warum können wir die nicht jetzt nicht jetzt jetzt ich bin weg ich bin weg miri du dir passiert da nix ne trotzdem das trümmerteil ist weiter geflogen als der adriana stand ich mein ich mein ich mein ich stand direkt davor oh oh schön herrlich aber wieso konnte ich gerade den schon wieder nicht aufmachen ja es ist ja das ist manchmal also es ist schon ein bisschen buggy ne und warum ist hier teilweise rot ohne dass wir hier was rein gemacht haben ja wer weiß so beim nächsten paar tage geh ich mit ne wenn wir jetzt noch eins aufmachen sollten dann machen wir dann 5 5 wie wär das yo genau nein das wäre doch ne gute idee ah gefunden was ich gesucht den tresorraum den tresorraum hatten wir ja gerade nein die dings meine ich dann geh ich schon zurück ich weiß nämlich wo eine tür ist da hinten wo die kavum war ne hast du aufgemacht schon ne da guck mal super oh schön da wo kavum war war da noch einer war hier noch einer ja am anfang war noch eine ja ja die grün wir haben 53.000 schon leute wir brauchen 75 um die schmuckler in der wägung ziehen zu können ja und dann 75.000 ich glaube es war's denn jetzt auch ne hier ist dann noch kisten achso okay drei stück ich bin voll, da ist noch was drin den beiden äh, nehme ich darfst du teleporten sehen noch ein Tresor oh, was? warte mal, ich komm dann bist du da? oder? ne, der ist leer, vergiss es, der ist leer ah, ok die sind noch hier vorhin lang gelaufen oder da hinten ist leer ja, dann sind wir durch dann sind wir durch wo war jetzt das Grüne? das hat sich gerade eben auch gesehen da, 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 da ja, Moment, ich musste was trinken ach ja, trinken sollte ich vielleicht auch mal was ich glaube, wir haben dieses Portal fertig was? naja ah Bob macht den Job, hat den Job, hat den Job, hat den hat den Dix gekriegt auch nicht schlecht dankeschön, Sonja so, Miri, bist du auch raus? ja, ich bin ich bin instant auf den Quarzen gelandet das klingt wie so ne das klingt wie so ne ja, das ist immer wenn immer wenn du durchs Portal fliegst, oder was? genau am Anfang hat es bei Seven Days to Die auch so geblasen da habe ich die 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 mal runtergestellt die die ganzen das stand bei mir alles auf Ultra ja, ja, okay ähm okay ich machs mal so, ich nehme mal die ganze Blumen mit ja, die, weil die haben keinen Dings, ne? ja wieso? ich hab die Blumen angeklickt, die Blumen waren weg hä warte mal, ich ah ich würde nämlich ein paar Blumen dazu tun, ja? ja, kannst doch so so und das naja, dann kann ich den Rest auch einschmeißen weit fackeln nicht und das noch jetzt aber schön facke, äh, wieder Steinchen gekriegt, ne? was für Steinchen? ach so, du meinst die mhm warte? ja ja das ist gut ich wollte das jetzt gerade nicht sagen, weil ich ja sowas da hinter mir sitzen hab, weißt du? ach so dein Baby ja, mein Baby, du meinst das spricht dann mein Baby, ja? nee so, ich würde sagen ich bin, ah das Portal kann zu, ne? ja ja nicht, dass da wieder einer drinnen sitzt hehehehe wo kommen die denn jetzt her? ach Sonja ich knuddel dich dafür ganz dolle ich sollte ja vielleicht mal also wir haben 4 4 3 1 und 1 4 ich hole mach was du willst und ich hole Essen komm ich würde sagen, dann nehmen wir 4 4, ne? ach komm ich würde sagen, dann nehmen wir 4 4, ne? ach komm mal bitte, ob du den streicheln kannst, ich find den grad nicht welchen meinst du? welchen meinst du den ersten? den zweiten, das ist auch so ein Zwerg äh ok hab ich schon erwähnt, dass ich morgen frei hab, oh ich freu mich für dich Sonja er ist bläulich er ist bläulich, ok ich hab es jetzt nur grün gefunden ja grün und rosa ah hab ihn hab ihn hab den Zwerg der hängt unter ner Nullnase fest jep hab ich doch bist du süß Variante 3 ich will auch gucken aber ich hab nix bekommen nein, nein, der andere sitzt hier unter dem Baum äh, hier unter der Nullna da sehr süß da huckt er fest hallo kleine hallo mein Schatzi aber ich hab dir genetisches Material Spezies was machst du? ne Variante 3 wo ist der andere? wo ist der grüne? ja sehr gut der grüne, der ist jetzt schon größer hier oh der ist im Gras der ist schon richtig groß da, oh, schnucki ihr sitzt richtig so da, so oh schnucki Manu, kann ich die Genetikkiste notieren? ja, klar weil sieht man mal, wo wir was haben äh was wir wenig haben wirklich wenig haben ist HBB und äh, äh Variante Variante haben wir so gut wie gar nicht leider die Variante hab ich jetzt nur 3 genau eine einzige ja soll ich dir was sagen? morgen muss ich auch arbeiten muss morgen arbeiten und Sonntag äh Samstag arbeiten aber Sonntag hab ich frei Sonntag hab ich frei morgen muss ich noch Samstag ja hier sind kriegeo Froscheier drin ähm ah ja in dem, in dem Züchter ne? ja ähm oder? und ich sag's mal so ich habe eine Schmetterlingsexplosion in dem Ding drin ach das ist das und einen Fisch drin rumschwimmen aber kein Frosch doch und einen Frosch hab ich auch noch drin hocken oh mein Gott ich hab Samstag Schlusssicht ne das hab ich Gott sei Dank nicht das synchronisiert irgendwie absolut nicht das ist aber davon muss ich jetzt mal wenn ich dazu komme was ist ein oh so Leute seid ihr bereit für 4-4? Moment ich muss aber mal eben mal ja ich sag ja nur Tacho ne mal warten Stress hier mein Gott dann muss man auch mal arbeiten so so ähm das muss ich nachher posten das Chaos in dem Ding ja so das raus, das raus, das raus ich muss aber noch mal für kleine äh kleine 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 wie sagst du das? also wenn ihr auch noch mal müsst flitzen müsst mal 4-4 auf ne? mhm dann bring ich noch mal kaboom und äh kaboom habe ich noch in der Tasche aussehen bis 22.10 Uhr ja ich hab bis 22.00 Uhr Samstag aber das stimmt nicht ganz eigentlich hab ich bis 0 Uhr eigentlich hab ich bis 0 Uhr so kommen wir mal hier rein also hier wird echt nicht alles abtransportiert ne? die Leiterplatten werden nicht abtransportiert warte eh und die 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 regierung steben ist alles nicht eingestellt ist schwarz pulver bei manu wird auch nicht geholt weiter platten und ich hätte auch die chips reinsetzen muter gehen aber gehen sollten wir vielleicht auch jetzt kommen die leiterplatten gehen jetzt weg ja die chips kann ich nicht einstellen die sie nicht drin kommen meine dröhnchen holt die leiterplatten ja wir müssen ja jetzt gleich noch ein bisschen außerdem auslernen können also ich habe jetzt zwei ich habe zwei ersten drei flaschen wir gehen ja zwischendurch immer nach hause ja ich habe auch da essen drei flaschen dabei da kommen sie ruhig 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 diese sind die leiterplatten raus genial habe ich ja ich glaube der bakterienschrank ist oben wahrscheinlich voll ich gehe mal kurz ich gehe mal schon mal rein und gucken ob wir wasser brauchen ja weil sonst können wir uns in dem platz nämlich hier okay ich muss morgen auch arbeiten und zwar von 8 bis 16 heute war meine andere und ich wäre fast eingeschlafen da kaum was zu tun gehabt habe zwei gaming stühle ein gaming tisch für die gamescom aufgebaut und lagerist bei dx racer natürlich wurde auch die tagestuhl mit einem gaming stuhl versehen ich stehe hier noch ich bin noch nicht habe mich noch nicht entfernt aber ich sehe glaube ich schon wrack von hier also wenn ich das richtig sehe sehe ich da drüben schon das wrack ja ich werde jetzt erst mal außen rum rödel ist suche ich sage schon drin bist du bist du soweit bist dass eine alte frau wieder jung geworden weil ich dachte hier von wo geht es denn hier rein bei diesem hier wo geht es denn hier rein ach von vorne ach hier ein schiff oder ich hoffe müsste doch ein bisschen kompliziert sein heute ich warte auf euch ich fliege noch ein bisschen nach kisten aber ich sehe hier keine kaffee marsch nehme ich nehme ich und wassermarsch das könnt ihr machen ich nehme kaffee ich habe kein wasser mein tier ist schon leer das muss man hier selber machen echt licht gerade ganz schön dunkel geworden hier die sonne ausgeknipst ok wassermarsch nehme ich auch cola marsch shimano war klar schon komisch so ein kleines schiff am ende es ist viel größer als als es den anschlag ja innen das schiff ist klein und innen ist das so riesig so viele verwinkelte gänge und schränke und alles ich habe im loch ein schiff gefunden nein ja natürlich oh gott hauptsache du kannst dir merken wo es ist ja im loch ok mein schiff findet man eher aber wie finde ich jetzt dein schiff du musst einfach ein bisschen fliegen und dann siehst du ein paar so so dinge aus einem aus dem boden tragen dann ist da ein loch ich muss jetzt erstmal gucken ob ich das portal wieder finde da ist das portal ach ich sehe jemand ja ich bin hier das bist du genau es ist so dunkel miri kannst du mich abholen ich stehe vor dem portal wo seid ihr denn jetzt überhaupt ich habe nämlich überhaupt gar keine ahnung wo ihr seid ich stehe am portal ich stehe am portal immer noch drin gut dann komme ich da jetzt hin weil ich habe ich stehe ja ich auch ich stehe total planlos durch die Gegend weil ich wirklich gar nicht weiß ich stehe hier vor dem portal da stehe ich ok dunkel und wenn ich bin jetzt hierher gegangen damit miri mich abholt und ich bin jetzt hier raus geflogen und sie ganz in der ferne oben auf einem berg so ein weißes schiffsteil wo müssen wir lang die richtung die richtung bist du da manu ich bin hinter mir jetzt wo ist immer weit ja ja wo ist das loch aber ich bin doch gerade immer durch loch durch geflogen warte mal ich gehe mal an das loch und und ich war nicht hoch so hoch kann ich nicht fliegen schitte ne au ich habe gerade in mir mein bein gebrochen ich schaue da ich sehe aber eine kiste leute ja wo ist es überhaupt dann dann verliere ich euch wieder ja dann verliere ich euch wieder dann bleib hier oben grad stehen wer ist das ja da seid ihr ok so diese planeten sind ja wohl übel oder ja ich mag das überhaupt nicht so okay es sind irgendwann noch vorbeigeflogen glaube ich jetzt sind sie zwar spielt das sind ihre ausragenden dann hinterher die finde ich diese spitze irgendwo sie nämlich nicht in der nähe vom portal das kann ich sagen ich sehe das portal aber dann geht doch in das andere loch weil da ist noch eins ja das finde ich nicht habe die spitzen gefunden ja auch ist spitz und die kiste ach da hier sind die spitzen runterladen genau und jetzt darunter hallo sehnsüchtig erwartet meine damen hallo ist das gleiche wie eben oder habe ich gefühlt ne peinlich doch das gleiche dinge ja ok wir fangen schon mit vier kann dann werden wir hier gleich mal grün hinlegen ne zack und äh hä ne warte warte was zerlegt was hab ich oh na gut gehen wir wieder links ne ja links ist immer eine gute idee okay äh dick ah ah gosse he 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 okay einmal kurz hier bitte stehen bleiben ja ja ah ja bis da lang gelaufen okay kein rundumlauf ne Moment warte ich lege hier ein grün hin es ist ein halber rundlauf ein halber okay ich habe in dem eingang vom rundlauf eine rote hingelegt ich habe jetzt hier eine grüne die kannst du den roten machen das ist ein rundlauf hier gibt es wieder so einen Raum mit biotop ok oh ja hinten ist eine kiste ah das sieht schon cool aus echt ah und trinken kann man ja auch das finde ich nicht klar das finde ich auch gut hier guck 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 ok hier ist nachhand tresorraum leg mal gelb oder so ja ich ja sind aber von hier gekommen ne ja da ist grün da sind willkommen und da geht's zum tresorraum der ist am ende ja und hier geht's weiter oder was da muss kamen wir her heißt hier kommt auch eine gelbe hin jetzt gehen wir da durch hab ich gut kombiniert war ja oh gott jetzt geht's wieder rechts links aber ich glaube links ist nix ne hier ist nix auch wieder ein vierer auch wollen die mich verarschen oh gott ich gehe bevor ich in den vierer gehe gehe ich einmal hier kurz gucken ah äh tresorraum ach wo äh hier unten ist tresorraum wir brauchen zwei schlüsselkarten aber schlüsselkarten ach du wirst du wieder was suchen heißt ich lege hier eine gelbe hin ich habe eine schlüsselkarte dabei aber ich habe schon vorher noch gehabt wie viel brauchen wir denn da miri zwei hier ist was zum weg sprengen ok aber ich habe kein dings dabei äh äh zwei da ist dahinter eine schlüsselkarte kann das sein ich habe das osmium noch in der tasche glaube ich's ach verdammt halte da jetzt ja 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 also das ist praktisch rot hier das auch rot ja ich habe eine habe ich warte ich habe man ich habe achso ja erstmal den da und dann den da hier geht auch eine treppe runter was für schweine ehrlich da lassen die einen da das sprengen mhm den hier machen wir gelb hier kann man auch sprengen oh Gott ich habe nichts zu sprengen aber leute da müssen wir zusammen gehen wo ist was zum sprengen warte warte ich habe hier warte ich habe was zum sprengen dabei warte 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 nein 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 nicht dicht hinterher kommen ich muss nämlich erstmal da ist nämlich die Treppe die wir runter kann da ja ja bei der Treppe bin ich runter aber wo ist denn die jetzt die treppe wo die wo die wo der schrank ist da habe ich zwei eisen hingelegt und dann gibt es noch eine treppe und die bin ich gegangen aber jetzt ja hier hier ist die treppe oder hier also mache ich muss ja mal grün hinlegen es tut mir leid weil das ist hier alle hier unten ist richtig verwirrend ich weiß nicht wo sie sind wartet um die treppe hoch was ist das für eine treppe die ist anders das ist eine andere treppe aber ich habe dich doch gerade dahin geführt wo ich runter gekommen bin hier kannst du nicht hier bist du runter gekommen ihr seid ihr runter gekommen jetzt die da ja ja ich habe hier noch eine treppe hier ist die treppe nach oben da ist nämlich dicht ich Vielen Dank.